Der Sommer steht vor der Tür und mittlerweile sind fast alle heimischen Brutvogelarten wieder bei uns zu finden. Dementsprechend ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um fünf weitere Brutvögel und ihren Gesang besser kennenzulernen. Los geht's! Im heutigen Video möchte ich dir das Schwarzkehlchen, den Teichrohrsänger, die Nachtigall, den Neuentöter und den Gartenrotschwanz vorstellen. Starten wir mit dem Schwarzkehlchen. Das Schwarzkehlchen ist bereits seit März wieder in offenem Gelände bei uns zu beobachten. Der schöne Vogel mag Hochstaudenvegetation mit angrenzender, niedriger Vegetation und ist deshalb gerne in Ackerbrachen, Weinbergen, Feldgehölzen, Heiden, Mooren und auch Raps heimisch. Schwarzkecheln fallen häufig eher optisch auf, wenn sie frei exponiert auf Ansitzwarten sitzen. Ihr Gesang ist eher unauffällig. Er besteht aus einer kurzen, hohen Strophe aus Zwitscherlauten, die sich recht monoton anhören. Für mich hört sich das Schwarzkehlchen nach einer Mischung aus Dorngrasmücke und Heckenbraunelle an. Vielleicht ist das für dich ja eine Hilfe. Machen wir weiter mit dem Gartenrotschwanz. Dieser bewohnt alte Laubwälder, Garten, Parks und Obstwiesen und ist von April bis in den September hinein bei uns zu beobachten. Gartenrotschwänze lassen sich mit etwas Übung sehr gut von Hausrotschwänzen unterscheiden. Hausrotschwanzweibchen sind mausgrau gefärbt. Die weiblichen Gartenrotschwänze hingegen haben recht viel Orange bis auf die Brust hoch. Die Männchen des Gartenrotschwanzes haben eine orange-rote Brust und an der Stirn ein weißes Band, was sie sehr gut von den Hausrotschwanzmännchen unterscheidet. Der Gartenrotschwanzgesang ist sehr variabel, er startet aber immer mit demselben Motiv. Zu Beginn ist ein Die-Dee-Dee oder Die-Dee zu hören, was danach recht variabel weitergeführt wird. Insgesamt hört sich der Gartenrotschwanzgesang aber recht wehmütig und gleichzeitig auch weich an und die Strophe ist meist nur wenige Sekunden lang. Ganz anders hört sich der Teichrohrsänger an. Der optisch unauffällige Vögel brütet deutschlandweit in hohem, dichten Schilf und ist dementsprechend teils sehr schwer zu finden. Die braunen Vögel kommen Mitte April bei uns an und singen ihren typisch rauen, schwatzenden Gesang monoton vor sich her. Ihr Gesang besteht aus rauen, teilweise fast quietschigen Tönen, die in einem langsamen Tempo zwei- bis dreimal wiederholt werden, bevor ein neuer Ton vorgetragen wird. Dabei können auch Imitationen und Pfeifleute von anderen Arten eingebaut werden. Insgesamt kommt das aber seltener vor als bei anderen Rohrsängern oder auch Spöttern. Teichrohrsänger sind für mich die DJ des Schilfs, denn ihr Gesang hört sich ein bisschen an wie das Scratchen von Platten. Widmen wir uns jetzt noch der Nachtigall. Der unauffällig gefärbte Vogel kommt im April in Deutschland an und ist von dort an sehr laut zu hören. Nachtigallen brüten in Auwäldern und Feldgehölzen, teilweise sogar in Gärten, gerne in Gewässernähe. Die braunen Vögel sind meist gut im Gestrüpp versteckt, sodass man sie meist nur hört. Ihr Gesang ist laut, kräftig, klar und sehr abwechslungsreich. Nachtigallgesang besteht aus mehreren hundert verschiedenen Strophen und Motiven. Die Motive bestehen aus trillernden, flötenden und kräftig schmetternden Lauten, die teilweise auch aus Star Wars kommen können. Aber hört am besten selbst. Ich habe mal ein Video zur Nachtigall gemacht, was ich euch am Ende des Videos verlinken werde. Zuvor lernen wir aber noch den Neuntöter besser kennen. Die schönen Vögel mit der interessanten Lebensweise kommen erst im Mai bei uns an. Dann sind sie wieder in der offenen Kulturlandschaft wie Heiden, Feldgehölze und auch an Viehweiden mit ausreichend Ansitzwarten zu beobachten, wie sie Großinsekten fangen und aufspießen. Ihr Gesang besteht aus zwei unterschiedlichen Typen. Zum einen hört man häufiger das raue Chilpen, das neben dem Warnruf auch zur Revieranzeige genutzt wird. Außerdem hört man seltener ein leises Zwitschern mit zahlreichen Imitationen anderer Vögel, die sich sehr, sehr gut anhören, welches ebenfalls vom Neuntöter kommt. Damit solltest du jetzt fünf weitere Vögel und ihre Gesänge bestens erkennen. Falls du noch weitere Schwierigkeiten mit Vogelstimmen haben solltest, empfehle ich dir dieses Video hier. Dort lernst du fünf weitere Vogelarten kennen. In diesem Video hier gehe ich auf die Suche nach der Nachtigall, auch das ist sehr spannend geworden. Schreib mir gerne in die Kommentare, bei welchen Vogelarten du noch Probleme hast. Ich danke dir fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.